Ich bin Arne Widerholt. Ich komme aus Deutschland. Ich bin wegen dem Theater nach Wien gekommen. Ich bin Schauspielerin und künstlerische Leiterin der Brunnenpassage. Mein Wien ist sehr bunt und lebendig. Ich lebe sehr gerne hier. Man merkt die Tradition dieser Stadt und gleichzeitig ist es auch irgendwie ein Dorf. Ich finde die Menschen hier sehr spannend. Wir sind alle Menschen und ich finde, wir sollten uns an der Unterschiedlichkeit von uns allen mehr erfreuen. Also statt Angst voneinander zu haben, einfach mehr Lust aneinander und mehr miteinander erleben. Wir alle sind Wien.